Yo Leute und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge ARK. Und ja, wie ihr hier schon seht, wir sind auf einem neuen Server. Und zwar habe ich einen neuen Server gegründet! Und zwar wird das ein IzzyTaker Fan Server. Und zwar haben wir damals einfach die Zeit auf dem IzzyTaker so gefeiert, dass wir das jetzt nochmal machen wollten. Nur halt hier auf einem anderen Server. Und deswegen haben wir jetzt hier einen neuen Server gegründet. Was sagst du dazu, Robin? Hammer. Hieß ich eigentlich Black K mit zwei Y und da drei. Nee, du nennst dich ja jetzt wieder Robin, weil das ja IzzyTaker Server war. Achso, stimmt, da muss ich mich robben. Wo ist Spawn? Und ich finde es Hammer. Du musst erstmal meinen Tipp darstellen. Ah, okay. Weil auf dem IzzyTaker Server hatte ich ja diesen komischen. Jetzt bin ich ja wieder ein bisschen besseren. Also ein bisschen normaleren. Meiner ist richtig normal. In A gibt es gar keinen normalen, ey. Die sind so aufgepumpt, ey. Der ist doch normal, Digga. Bin ich auch in echt. Doch. Doch. Ich weiß kein Witsch. Doch. Okay. Ich glaube, ich halte jetzt einfach mal meine Klappe. Tschüss. Okay, ich bin fertig. Ich. Wo ist Spawn? Nord 2. Okay? Ja. 3. 2. 1. 1. Boom. Leck. Neun Überlebnen. Jetzt. Oh, geil. Unter der Palme. Nice. In Kürbissen. Nice. Ich bin direkt bei Kürbissen, da beim Paradise. In der Nähe. Und Leute, genau. Es ist halt wie auf dem Easy-Tacker-Server. Die Einstellungen sind einfach mal auf 1, Leute. Gönnt euch das. Endlich wird mal arg wieder schwierig. Ach, ja. Äh, Dodo. Mal 2. Oh. Explorer Note. Atre. Atre. Irgendwas, das hier oder so. Nice. Wenn das Notiz. Okay. Oh, lol. Ich hab jetzt einen XP-Boost. Schnell irgendwas abbauen und töten. Und vielleicht den Dilo fertig sehen. Ist hier noch ein Dodo gewesen? Hier war doch noch ein Dodo irgendwo. Ich hab doch zwei gesehen, oder nicht? Ja, hier. Hey, Beilung. Oh, der ist tot. So. Ich hab grad so eine Kiste gefunden und hab den XP-Boost. Ja, das ist krass. Wo war die? Dann kann ich die auch nehmen. Echt? Aber warte. Die war da oben auf dem Gipfel drauf. Da oben. Ach so. Oh, hier oben liegt ein Dilo. Soll ich den töten? Ja, mach. Ach so, ein Betäubter. Echt? Ja. Wer ist der Level? Vier. Nein, nicht töten! Wie viel Torpor hat der? Ja, voll. Ich hab den grad aus der Szene umgeschlagen. Ich wollte den töten. Ist doch perfekt. Nicht töten, nicht töten. Den können wir 10. Dann haben wir schon mal so eine kleine Wachtruppe. Ich hab aber keine Narkose-P-Ries. Ja, dann hol dir kurz welche. Ich hab Fleisch. Ja, dann komm hoch. Ich hab vier Fleisch. Aber das können wir noch besorgen. Das sollte nicht das Problem sein. Wir müssen den nur kurz... Und du musst dir den EP-Boost ganz, ganz, ganz oft holen. Hä? Kann ich mir den jetzt nochmal holen? Kann sein. Ich weiß nicht, wie oft du dir den holen kannst. Oh Gott. Wo du noch so ewig farben musst mit der Hand. Der ist doch voll geil. Ja, ich find's richtig geil. Aber... Gut, in alten Zeiten. Wird anstrengend, ne? Du musst halt auch viel bedenken. Und du musst dich auch vorbereiten, wenn du jetzt einen Trike oder so Sam willst. Wenn du einen Trike jetzt nicht unbedingt. Ach, so ein bisschen halt. So ein ganz klein bisschen. So, erstmal als allererstes jetzt die Steinschleuder lernen. Erstmal als allererstes jetzt hochkommen. Fleisch rein tun. Ja, warte. Was wär, wenn... Der sieht richtig cool aus. Der sieht aus wie dieser Pumpkin, der hier liegt. Echt? Mhm. Ah, gerade da. Aber nicht hier oben, oder? Gleich. Der hat ja noch... Nee. Der lebt ja schon ein Leben? Nein. Nein. Ich hol schnell Neues, ne? Ja. Fleisch. Wenn das alles war, haben wir erst ein Problem. Komm, gib vielleicht schön viel. Mehr, komm. Mehr. Elf Stück. Okay. Bin ich zufrieden. Kurz und schmerzlos. Ja. Und dich auch noch. Ja. 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 Das schaffen wir! Das schaffen wir Robin! Hat der noch nen Akku? Jo, hat er! Ja! Ja, er ist! Ja! Guck mal kurz, welches Level der tut! Ja, der ist auch relativ blutig! Gucke! Level 9! Und er hat sich verbuggt! Der wär ja schon nicht schlecht! Irgend auf dem anderen Server ein Busch und du warst voll Hunger! Ist halt einfach so! Oh! Track liegt! Ist ernsthaft? Ja! Jetzt! Ohne Shit! Ohne Shit! Track liegt! Am Strand! Komm schnell! Ich bin am Strand! Ja, wir brauchen richtig viel Narko-Zeug und Berries! Ich hab sieben Narko- Da ist ein Parasaurolofus! Da ist ein Parasaurolofus! Der ist jetzt aber nicht so gut! Wohl, den könnte man sich theoretisch auch mal mitnehmen! Wenn er Low-Level ist, nehmen wir den! Dauert auch nicht lange und ist auch nicht schwer zu zählen! Bei einem Low-Level kann man den nochmal mitnehmen! Level 9! Oh, er kann flüchten! Oh, guck mal! Da ist sogar noch ein Trike! Und er liegt! Nice! Richtig geil! Richtig geil! Ja, ich bin ein Trike! Untertitelung. BR 2018 Okay Leute, der Parasaurus hier ist jetzt fast gezähmt. Nur noch einmal fressen. Nur noch einmal musst du hier ein bisschen deinen Maul in den Futternapf reinhauen. Oh, das wird nochmal knapp hier mit der Torpor. Aber da ist er! Du hast gezähmt, Parasaurus. Und ich würde sagen, wir nennen den einfach mal ganz klassisch Paul. So, komm Paul. Äh, noch auf niedrigste Klammer. Und auf passiv. So, komm mit! So, einmal mitkommen. Oh, nice! Endlich haben wir unseren ersten Reitdino. Wollen wir noch einmal kurz ein paar Berries essen. Also wir können ihn noch nicht reiten, aber es ist unser erster Reitdino. Also man kann später auch noch reiten. Das ist doch schon mal was. So, nehmen wir hier nochmal ein paar Steine mit. So, und dann würde ich sagen, arbeiten wir direkt schon mal hier am nächsten. Wo ist der Triceratops? Da ist er! Da gammelt er! So, alle noch da? Ja, sind alle noch da. Perfekt. Wie sieht's denn mit dem Level aus? Auch ganz gut. Ich bin fast Level ab, noch 12 EP. Äh, ich muss ja Level 10 sein, um den Paul da zu reiten. Ihr bleibt aber hier mal kurz stehen, weil es jetzt hier eine gefährliche Angelegenheit. Ich repariere am besten noch mal kurz die Slingshot, die Steinschleuder. So, am besten sogar beide. So. Perfekt. Und du bist ja der 9er Weiblich. Genau, du bist mein Ziel. Eins, zwei, drei. Rennen! Eins, zwei, rennen! Eins, zwei, rennen! 1, 2, 3, rennen. 1, 2. Also langsam sollst du auch hier mal den Rückzug antreten. Hallo, ich hab nur 6 Steine. Da, da flieht er. Der kleine Ludo, du. Nee, nee, du kommst hier nicht weg. So, 12 Schaden nochmal. Nein, nicht gezählt. 13, letzter Stein. Und der liegt mit dem letzten Stein. Ja, nice, Leute. Perfekt. Dann hol ich mal kurz die anderen Tiere. Heran. Und trinke auch nochmal einen Schluck dann am Strand. bis zum nächsten Mal. Bis zwei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Triceratops, schläfst du noch? Oh ja, ich gehe jetzt erstmal zum Track. Kein Risiko da. Der Dilo ist ja nicht so wichtig. Nein. Nein. Der hat sich nicht ernsthaft verpisst, oder? So Leute, ungeschoren lassen wir den Track natürlich nicht davon kommen. Und deswegen muss der jetzt hier mal ganz kurz mitkommen. Denn wir zähmen den jetzt. Das lasse ich nämlich nicht bieten, dass der einfach hier so aufwacht. Oder aufwacht. Keine Ahnung, wie er es sagt. Äh, deswegen wird der jetzt halt jetzt eben so. Doch. Was ganz anderes kommt ja auch gar nicht in Frage. Au. Ah, nee, nee. Au, jetzt. Das ist ja jetzt die Gang. Oh, nein, oh, nee. Bitte nicht meine Dilophosaurus-Typen angreifen. Das wäre nicht... Das wäre nicht so toll. Bitte, du, du, don't do zap. Nein! Der Slingshot ist kaputt. Nächster. Der eine rennt weg. Nicht mehr lange. Meine Dilos blockieren ihn. So, er ist down. Und vor dem renne ich jetzt einfach weg. Weil auf dem Fight mit dem Trike habe ich nicht so Bock. Der klatscht mich nämlich einfach weg. Kannst du... Nein, das doch ab. Du Mistviege, weg. Paul, ich brauch dich. Wir rennen weg. Tschüss. Wir sind schneller, oder? Ja, wir sind schneller. Oh, guck mal. Er hat keine Lust mehr auf mich. Willst du wieder Freunde? Gut. Ich wollte ihm ja auch gar nichts tun, deinem Freund. Der wird halt nur gezähmt, ne? Ist ja auch nichts Schlimmes, oder so. So. Du kommst. Also, das ist ja auch gar nicht. Sagst du, das ist ja auch gar nicht. Wir sind rohentw Schlimmes, oder so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020